Leute, dieser Typ hat bei Spotify mehr als eine Milliarde Streams. Eine fucking Milliarde! Der Dresdner DJ und Producer Purple Disco Machine hat bei Spotify im Monat fast so viele HörerInnen wie Helene Fischer und Rammstein zusammen. Superstars wie Sir Elton John, Jamiroquai, Lady Gaga, Calvin Harris, Fatboy Slim, Diplo und sogar Dua Lipa haben sich von ihm schon remixen lassen. Wer der Typ hinter diesen Mega-Streaming-Zahlen und diesen Disco-Hits ist und warum der Sound von Purple Disco Machine aktuell so erfolgreich ist, das seht ihr jetzt mit Interview. Selbst von Elton John habe ich dann auch eine E-Mail mit Änderungswünschen noch bekommen und es ist auf alle Fälle schon was Besonderes, überhaupt für so eine Künstler arbeiten zu dürfen. Purple Disco Machine heißt Tino Pjontek und ist Anfang 40. Er ist in der DDR aufgewachsen, hat eine Lehre als Koch gemacht, lebt schon ewig in Dresden, liebt Phil Collins wie kaum jemand anderes und ist seit mehr als 20 Jahren Producer und DJ. Früher hat er sich Stereo-Freak genannt. Eine Zeit lang auch mal Stereo-Funk. Also angefangen habe ich, ich glaube mit 16, 17, das war so 96, 97 und ja, habe Mixtapes gemacht, was damals noch so üblich war und irgendwann hat sich dann jemand gemeldet und hatte auch meinen ersten Gig dann in einem Club, der hieß Grotte und da hatte ich auch gleichzeitig meine erste Residency, was sich dann so weit aufgebaut hat, dass ich die nächsten Residencies bekommen habe. Zusammen mit einem Kumpel startet er Anfang der 2000er dann ein Projekt mit dem sehr geschmackvollen Namen Popmuschi, das schon sehr, sehr krass nach seinem Sound von heute klingt. Mit My House hat er 2013 dann als Purple Disco Machine seinen echten Durchbruch. 2017 dopt Purple Disco Machines erstes Album Soulmatic, das ihn im DJ-Kosmos zwischen Ibiza und Amsterdam endgültig zum internationalen Star macht, den auf der Straße aber kaum jemand erkennen würde. Jetzt ist sein Album Exotica erschienen. Da ist auch Hypnotized drauf. Kennt ihr, oder? Der gemeinsame Track mit der Indie-Band Sophie and the Giants war 2020 die erste Vorab-Single zu Exotica. Der lief überall. 89 Millionen Aufrufe bei YouTube. Absoluter Welthit. Trotzdem wusste auch ich sehr lange nicht, von wem das Ding eigentlich ist. Man kennt die Melodie, aber kein Gesicht dazu. Eigentlich genau wie beim Track Fireworks, den vermutlich manche von euch aus einer Baumarktwerbung kennen. Was macht Purple Disco Machine also so erfolgreich? Was macht diesen Sound aus? Erstens hat er ein krasses Gespür dafür, diesen schmalen Grat zwischen Mainstream-Pop und coolem Disco-Track zu treffen. Hypnotized und Fireworks funktionieren ja eigentlich überall. Auf einer Schaumparty in Oldenburg-Ost, auf einem Festival im Dschungel von Tulum und wahrscheinlich auch auf einem Londoner Hinterhof-Rave. Außerdem checkt Purple Disco Machine krass, welche Vocals auf die Instrumentals passen. Sophie von Sophie and the Giants bei Hypnotized und Moss Kenner bei Fireworks machen diese Upbeat-Disco-Tracks erst so besonders. Diese Art von Song hat Purple Disco Machine sicher bei einem größeren Publikum bekannt gemacht. Das ist aber safe nicht alles, was er drauf hat. Er ist nämlich ein krasser Remixer. Balthasar, Kylie Minogue, Dua Lipa, Lady Gaga, Sir Elton John. Wen sollte Purple Disco Machine dringend remixen? Schreibt's in die Kommentare! Wenn internationale Superstars also einen Track clubtauglich machen wollen, dann holen sie sich Purple Disco Machine ran. Sie vertrauen dem, sie wollen genau seinen Spin haben. Purple Disco Machine hat diese krassen Pop-Hits wie Hypnotized, Pop-Remixe wie den von Dua Lipa's Don't Start Now und super dancy New-Disco-Tracks wie den hier. Ganz wichtig für die Arbeit von Purple Disco Machine bei diesen Tracks – Sampling. Oldschool. Wie man das im Haus seit 40 Jahren macht. Alles beginnt mit einem Sample. Also einer Sequenz aus einer anderen älteren Platte, die man herausschneidet und loopt. Was Sampling ausmacht, erklären wir euch übrigens in einer Folge vom PULS Musikanalyse Podcast, habe ich euch zack hier verlinkt. Aber zurück zur Purple Disco Machine. Sein Track Body Funk samplt zum Beispiel Bodywork der amerikanischen Jazz-Disco-Fusion-Crew Hot Streak von 1983. Sein Track Dished Male Stripper nutzt Male Stripper von Man to Man von 1987. Das Original war damals schon ein krasser Club-Hit. Purple Disco Machine macht das wie seine großen Vorbilder Daft Punk, die diese Technik in den 90ern absolut perfektioniert haben. Daft Punk waren schon immer ein großer Einfluss für Purple Disco Machine. Daft Punk's Album Homework hat auf alle Fälle einen sehr großen Einfluss auf meine Karriere. Ich kann mich noch entsinnen, es war 97 und ich glaube, es war auf einer Schulparty. Ein Klassenkamerad von mir hat das Album mitgebracht und wir haben den kompletten Arm das Album hoch und runter gespielt. Ich glaube auch zum Frust aller anderen, aber von der ersten Minute an habe ich das Album geliebt und wusste, das ist genau die Art von Musik, die ich produzieren will, die ich als DJ spielen will und das war wirklich so ein Door-Opener für mich. Genau wie die ganze Disco-Sache der 70er, Giorgio Moroder, Donna Summer. Für Hypnotized holt er sich dafür extra originale, analoge Synthesizer aus den 80ern ins Studio, um genau diesen besonderen Italo-Sound in den Track zu bekommen. Für mich halber hat diese Zeit einfach so eine ganz besondere Energie, so einen ganz besonderen Vibe und den versuche ich dann natürlich in meinen Songs mit einzubringen. In Italien steht Hypnotized dann auch sogar tatsächlich auf Platz zwei der Charts und holt viermal Platin. Dieser warme Retro-Vibe, die Shakers, die Cowbells, das Tambourin machen diesen ganz typischen Purple-Disco-Machine-Sound aus. Und wenn ich diesen Groove habe und wenn ich dann das Gefühl habe, dass es groovt, kann ich mich an die restliche Produktion des Songs setzen, kann ich mit Harmonien, mit Akkorden anfangen, aber ich brauche immer diesen Groove, um auch selber in Stimmung zu kommen im Studio. Es gibt im Internet stundenlang Tutorials, wo Hobby-Producer versuchen, dahinter zu kommen, was der da macht. Die versuchen, seinen Groove irgendwie nachzubauen. Purple-Disco-Machine ist aktuell also einer der weltweit erfolgreichsten DJs und Producer. Seine Tracks laufen in Clubs auf jedem Kontinent. Er arbeitet für internationale Stars. Er hat auf Spotify über eine Milliarde Streams. Und trotzdem kennt man in Deutschland eher Robin Schulz oder diesen harten, monoton kalten Berliner Berghainz-Sound. Vielleicht ändert sich das aber gerade ein bisschen. Anhand der Facebook-Statistiken von der ersten Minute bei Purple-Disco-Machine gesehen, dass die, dass die meisten Fans wirklich aus Südamerika, auch Südeuropa kommen, aber Deutschland noch relativ weit hinten waren. Und warum es so lange gedauert hat, kann ich nicht sagen. Vielleicht ist es auch einfach nicht die Musik, mit der wir Deutschen so schnell was anfangen können, aber jetzt scheint die Zeit reif zu sein. Sein neues Album Exotica könnte sehr gut zu diesem aktuellen Disco-Revival passen. Dua Lipa, Doja Cat, Lady Gaga oder Sam Smith. Könnte die perfekte Zeit sein für Purple-Disco-Machine, oder? Aber was meint ihr? Was haltet ihr von Purple-Disco-Machine? Schreibt's in die Kommentare! Und wenn ihr noch mehr zum Thema Sampling wissen wollt, dann schaut doch mein Video dazu an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ciao, bis nächste Woche!